Hallo ihr Lieben, hier ist Susha Gayla mit ihrem Video Tagebuch. Ja, ich war drei Tage nicht online, weil es mir wirklich nicht gut ging. Ich war sehr krank, also ehrlich, kein Witz. Ich habe einen Magen-Darm-Infekt gehabt und der hatte es wirklich in sich. Also ich war ständig, habe ich über die Toilette gehangen und dann hat mein Kreisler versagt und ich bin umgekippt und mehrmals. Jetzt geht es mir wieder besser, aber es dauert wohl noch ein paar Tage. Ja, ich habe gestern am Valentinstag eine sehr schöne, unter anderem, eine sehr schöne Harry Potter Tasse geschenkt bekommen. Und zwar ist sie normalerweise schwarz und nur mit dem Namen drauf und sobald die warm wird, zeigt die einen Patronus und Harry wird den Patronus heraufbeschwört. Fand ich ganz toll. Ich hoffe, ihr wurdet auch schön beschenkt, vor allem mit Liebe und von Herzen. Und ja, ich wünsche euch nur das Beste. Es wisst ihr, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Macht's gut, passt dadurch auf.